Wunderschönen guten Tag, herzlich willkommen in dieser Folge. Heute geht es um die Brustschmerzen, kurz vor der Periode. Viel Spaß dabei. Eine Bitte vorab, YouTube findet gynäkologische Themen immer nicht so ganz attraktiv und prickelnd, sodass sie mich gerne aus dem Algorithmus schmeißen, weil ich über Vulva, Vagina, Brustsex etc. spreche. Du kannst das verhindern, indem du mir ein Abo dalässt oder auch das Glöckchen aktivierst und somit lande ich doch wieder in der Suchfunktion vieler Menschen, um da auch entsprechend vielen Menschen helfen zu können. Jetzt geht es los mit dem sehr spannenden Thema. Brustschmerzen an sich sind natürlich sehr mannigfaltig. Wir wollen uns heute wirklich nur darauf spezialisieren, was die Brustschmerzen kurz vor der Periode angeht. Das kennen sehr, sehr viele Frauen. Fast über 70 Prozent haben mit einem Spannungsgefühl oder sogar Schmerzen in der Brust zu tun, bevor die Periode einsetzt. Nichtsdestotrotz muss gesagt werden, Brustschmerzen kann natürlich sehr, sehr, sehr viel sein. Unter anderem ist im Brustdrüsengewebe natürlich auch Veränderungen möglich im Sinne von Zysten, Fibroadenomen oder auch bösartigen Tumoren. Lymphknoten können dort sein. Es kann aber auch der Brustmuskel oder die Brustmuskeln sein, die Schmerzen machen. Die Rippen, die Interkostalmuskulatur, das Herz. Also bei Brustschmerzen muss man an mehr denken als nur das Brustdrüsengewebe. Jetzt wollen wir uns aber mal wirklich explizit darauf fokussieren, was ist eigentlich los mit den Brüsten kurz vor der Periode. Und wer jetzt auf diesem Kanal hier ist, weiß natürlich, dass es auch ein gynäkologisches Thema ist und unter anderem natürlich auch hormonell bedingt. Denn ihr wisst alle, dass ihr einen wahnsinnig komplexen und sehr spannenden Zyklus habt. Und dieser Zyklus macht natürlich auch in sich hormonelle Schwankungen. Die können mehr oder minder ausgeprägt sein. Wenn es zu einer hormonellen Disbalance kommt, was völlig physiologisch sein kann, dazu würde ich euch bitten, dieses Video nochmal ganz genau anzuschauen. Denn dieselbe Grafik wird ja jetzt quasi auch nochmal eingeblendet. Und wenn du überhaupt noch keinen Plan hast, was es mit diesen Hormonen auf sich hat, macht es Sinn, sich davor ja einmal das Ganze nochmal anzuschauen. Wir betrachten jetzt euren Zyklus mal ab Eisprung. Wenn das Ei gesprungen ist, bleibt ja eine Hülle zurück, der Follikel, der dann zum Gelbkörper wird. Und Gelbkörperhormon, haben viele schon mal gehört, dieses Progesteron wird jetzt vermehrt ausgeschüttet. Geht also einmal exorbitant in die Höhe. Und das kann man zum Beispiel auch körperlich messen und merken. Die Temperaturerhöhung nach dem Eisprung ist ja ganz, ganz typisch und klassisches Bild. Es gibt aber noch eine Vielzahl anderer Veränderungen. Das soll jetzt aber heute nicht Thema sein. Lasst uns mal drauf gucken, was passiert, wenn dieses Gelbkörperhormon wieder abfällt. Sollte es ja nicht zu einer Schwangerschaft gekommen sein, braucht man das Gelbkörperhormon nicht mehr. Das soll ja die Schwangerschaft dann unterstützen und ernähren. Und so fällt es also ab. Und es fällt ziemlich rapide ab. Gleichzeitig fällt natürlich auch das durch diesen Follikel produzierte Östrogen, was ja zum Eisprung hin einen Peak hat, auch gemächlich wieder ab. Wird aber kurz vor der Periode von dem Progesteron quasi geschnitten. Also die Werte schneiden sich. Und das Progesteron fällt sogar unter den Östrogenwert. Man hat also in dieser Phase eine Östrogendominanz. Und jetzt muss man über Östrogen eines wissen. Östrogen könnt ihr euch vorstellen wie ein sehr aufbauendes Hormon. Östrogen lagert Wasser ein. Östrogen sorgt dafür, dass Gebärmutter Schleimhaut aufgebaut wird. Östrogen führt dazu, dass das Brustwachstum zum Beispiel in der Pubertät losgeht. Es ist also ein Produzent. Und Progesteron ist quasi der gemächliche Gegenpart. Der sorgt für Umwandlung. Der sorgt in der Schleimhaut für Umwandlung. Wenn es nur Östrogen gäbe, dann würde sich die Schleimhaut wahnsinnig aufbauen. Oft ein Problem bei einer Hormonersatztherapie in den Wechseljahren. Man braucht also immer den Gegenpart, den Gegenspieler Progesteron. Sollte es jetzt am Ende des Zyklus dazu kommen, dass Östrogen relativ zu hoch ist zu Progesteron, haben wir also ein dominierendes, aufbauendes Hormon. Und dieser aufbauende Effekt, das ist genau was in den Brüsten auch passiert. Die lagern mehr Wasser ein. Sie werden vom Volumen her größer. Viele Frauen werden wissen oder merken, dass sie fast eine BH-Größe größer jetzt anziehen könnten. Es tut weh, es spannt. Wenn überall sich ein bisschen Wasser einlagert, ist ja auch ganz klar, dann nimmt natürlich auch das Volumen zu. Und die Wassereinlagerungen passieren dadurch, dass es vermehrte Durchblutung gibt. Östrogen ist auch ein Hormon, was eine vermehrte Durchblutung macht. Das kennen viele Frauen bei sexueller Erregung. Die Befeuchtung der Vagina ist nichts anderes als ein Transsodat, also das Gefäßwasser. Denn die bessere Durchblutung bei der sexuellen Erregung führt dazu, dass vermehrt Wasser aus diesem Gewebe ausströmt und in die Vagina gelangt. Und da hat man auf einmal einen Befeuchtungseffekt. Und ähnlich kann man sich es in der Brust auch vorstellen. Es wird mehr durchblutet, deswegen kann mehr Wasser aus den Gefäßen ins Gewebe fließen. Deswegen wird eine Brust schwerer, schmerzhafter und tut einfach insgesamt weh. Therapeutisch, wie geht es jetzt weiter? Man kann natürlich akut was machen. Das heißt, wenn die Beschwerden da sind, kann ich therapieren entsprechend. Das ist ein bisschen ähnlich wie bei Kopfschmerzen. Wenn ich eine Kopfschmerztablette nehme, sind die Schmerzen weg. Dann hätte aber doch gerne die Ursache bekämpft. Warum kommt es überhaupt zu Kopfschmerzen? Und so ist es eben auch bei der Mastodynie. Ich möchte wissen, warum kriegt diese Frau eben Mastodynie? Und dementsprechend, habe ich eben auch schon erwähnt, muss man auch in den Lifestyle reingucken. Wie ist das Bewegungsmaß? Vor allem in der zweiten Zyklus-Hälfte ist da eine körperliche Aktivität, was unglaublich viel zu bringen scheint. Ernährung, das ist ein Game-Changer. Ich habe ganz viel schon erzählt zur Ernährung bei Regelschmerzen oder auch Ernährung in den Wechseljahren. Schaut gerne mal auf diesem Kanal rum. Und diese Ernährungstipps, die sich immer wieder fast wiederholen, die treffen eben auch für diese Mastodynie zu. Also da eine Ernährungsumstellung ist wahnsinnig hilfreich. Auch Triggersubstanzen wegzulassen in dieser Zeit. Alkohol, Nikotin, Koffein. Genau, hier steht die Kaffeetasse. Also das ist etwas, was man auch mal beachten sollte. Funktioniert das vielleicht, dass ich vom Zyklus-Tag 15 bis 25 einfach diese Triggersubstanzen weglasse? Mönchspfeffer, Agnuscastus, auch hier, ich muss euch leider ein paar Videos verlinken, weil es wahnsinnig wichtig ist, ist zugelassen. Evidenzbasiert bei PMS. Und dementsprechend natürlich auch bei der Mastodynie, weil es durch die Wirkstoffe, die ich dort in dem Video erkläre, eben den Hormonhaushalt regulieren kann. Und wenn es jetzt wirklich ganz akut ist, gibt man dem Körper das Hormon natürlich lokal zurück, was es gerade braucht. Und das ist das bioidente Progesteron. Also wirklich das von der chemischen Struktur gleich aufgebaute Hormon, was der Körper selbst produziert. Und das kann man als Gel sogar auf die Brust selbst schmieren, um da wirklich den wahnsinnigen Effekt zu haben. Das gibt es entweder als bioidente Hormontherapie auf einem Individualrezept. Das heißt, da wird eine Dosierung auf die Person selbst ausgerechnet und als Gel dann formuliert in der Apotheke. Und dann kann man sich das eben holen. Aber es gibt auch rezeptpflichtig Fertigpräparate mit einprozentigem Progesteron. Dosierungstechnisch ist das ganz gut für die Brustschmerzen, die PMS-Symptomatik ansonsten. Da ist es wahrscheinlich ein bisschen zu gering dosiert, wo man tatsächlich per Rezept sich in der Apotheke dieses Gel holen kann. Und am Zyklus-Tag 10 bis 25, sagt man, kommt immer ein bisschen drauf an. Wenn man jetzt Kinderwunsch hat, würde ich eher sagen, 15 bis 25 dieses Gel auf die Brust auftragen kann. Und schon werden die Schmerzen besser werden. Weil man gibt dem Körper genau das zurück, was er gerade zu wenig hat in dieser Zeit. So, jetzt haben wir sehr viel über Brüste und Brustschmerzen gesprochen. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen weiterhelfen und ihr habt jetzt so ein bisschen Einschätzung, woran es liegt, was man machen kann und vor allen Dingen, dass es ziemlich normal ist bei den meisten Frauen. Nichtsdestotrotz tut es schweinern weh. Jetzt dürft ihr mir nochmal einen Kommentar gerne dalassen, einen Daumen nach oben, ein Abo und vor allem das Glöckchen aktivieren. Ich habe es anfangs erwähnt. Und YouTube, schmeißt mich raus. Und wenn ihr das Glöckchen nicht aktiviert habt, dann werdet ihr diese Information nicht weiter erlangen bekommen von YouTube, sondern müsst proaktiv suchen, um das zu verhindern. Kriegt ihr eine Erinnerung von YouTube, wenn ihr das Glöckchen aktiviert habt. In dem Sinne, viel Spaß, tschüss und eine schöne zweite Zyklusheft. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020